So, liebe Freunde Mafia 3, lasst euch herzlich grüßen. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und schreibt dies wieder aufnehmen. Ich wiederhole, Verfolgung beendet. Suche abbrechen und schickt Verstärkung. Achtung an alle Einheiten. Oh nein. Scheiße, erst mal weg hier. Boah, Junge, Junge, was ist denn hier los? Jetzt habe ich schön den Platten. Junge, Junge, fängt ja gut an jetzt hier. Die Karre ist nicht mehr fahrbereit. Er ist mal weg hier. Α'n alle Einheiten. Verwäh Junge, Junge, wir müssen aber... Egal, ab ins Wasser. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Scheiße. Da sagt sie sich auch voll, die Bollen. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Scheiße, wir brauchen Munition! Junge, Junge, Junge. Alter, was hier abgeht. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Toll. Was kommt das noch nicht mal hier auf? Also heute ist irgendwie... Ja. Gittebisse sein. Aber nach dem, was ich Apollo und Kian River Row gesehen habe, ich kann das nur gut heißen, was dieser schwarze Bastard da macht. Einer Meinung nach. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Na endlich. Ich wiederhole, du... Schöne, so eine Familienkutsche hier fahren. Was ist wie vielkennbar. Was ist hier halt langsame? Direkt man lieber Oh, Felix! Schöne, dicke Unfall. Ähm, ja. Zufall ausgestiegen, oder was? Natürlich, wir sind hier, wir müssen nach oben, hallo? Zufall ausgestiegen. Einheiten vor Ort ermittelt. So, mal gucken, ob wir richtig waren, natürlich, und nach rechts dann. Jetzt bist du erledigt! Alter, sind das viele! Ich hab keine Munition mehr hier! Nein! Egal, ich hab den gekillt. Ja, so geht's, ähm, ich stock mal unsere Munition auf. Jo, wenn's so langsam zum Ende hingeht, wird's eh immer schwieriger. Boah, 10.000 verloren, alter Schwede! Nein, 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 nicht Telefons, hab ich denn jetzt gemacht. Auto. Kannst du mir einen Nachschub rüberschicken zum French Walk? Bin gleich da! Wenn du was brauchst, sag mir Bücher! Okay, zeig was du auf Lager hast. Ich... Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Wir sehen uns! Bin ich, bin ich, bin ich! So, jetzt sind wir eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Lalalalalalalala... Oh, den kriegen wir noch, oder? Ganz ehrlich... Nein, 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 das ist zu schnell! Meine Frosse! Nein, 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 nein... So, dann gehen wir mal killen. Würde ich sagen. Waffe packen aber kurz weg. Das ist hier der Eingang, oder was? Hm, okay. Nein, das ist aber hier. Vielen Dank. Geh ich denn hier rein? Hallo? So, komm ich hier. Hm, also bin ich irgendwie komplett verkehrt hier. Die kann ich rein, natürlich. Unnötig eigentlich, dass jetzt, ähm, dort war. Seine Skit hier rein. Endlich hört es auf zu schütten. Okay, die seltsam, wo ist denn hier der scheiß Eingang? Der ist genau hier vor uns. Aha, aha. Oh Gott, ich kann nicht glauben. Ich weiß nicht, wie du bist. Ja, nein, ich kann nicht glauben. Na, ich kann nicht glauben. hier ist das ein feiner nee kein danke alter ich muss verdammt hier aufpassen das war unglaublich brauche ich nicht leck mein weißen arsch manchmal will eine frau einfach nur in ruhe ein das ist hier wurde jemand Alter, die ist tot. So, ansonsten nehme ich ein bisschen Kohle noch mit. Was ist das eigentlich hier schon? Ich sehe nur was Schönes. Sehr schön. Ähm, wo komme ich denn hier nochmal raus? Wo war das denn nochmal? Ich folge einfach den Jungs. Ich folge einfach den Jungs. Der Aufdruck ist ja eigentlich erledigt. Ich folge einfach den Jungs. Ich bringe ihn dir sofort rüber. So, wo ist er? Da ist der Klon. Wie geht's? Wie geht's? Ist er zurück im Bordel? Er nennt es lieber En Bel Jardin, wie der Blumenladen nebenan. Das ist eine große Höhe? Aber ja, dort ist er. Vermutlich auf der Suche nach ein paar Titten zum Ausheulen. Sie sind ein kranker Penner, Corley, aber danke für die Hilfe. Ich glaube, dass der hübsche Handsome Harry vielleicht gar nicht mehr so hübsch ist, wenn sie mit ihm... Auf der Straße erzählt man sich von den brutalen Morden an Handsome Harrys eher pervers. So. Den soll ich folgen hier, oder was? Das ist ein Bruch, das ist ein Bruch. Die Drecksbullen im French Ward sollen mich in Ruhe lassen. Ich nehme diese Seite. Ich drücke jetzt ab. Scheiße, wir machen uns alle fertig. Ich muss abtauchen. Hier kommst du nicht lebend aus, Junge. Steck mal das oben. Ich gehe in Deckung. Ich sitze fest. Ich habe gerade Ärger mit ein paar Jungs im Ward. Na klar, ich bin gleich da. Herrscher, sterben zuerst. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's. Los geht's. Die Gegend von zwei. Die sind so alt. Die sind so alt und die Schmutz. Sie sind so alt. Ich bin nur ein Kновiger. Die sind so alt und die Schmutz. Wir haben ein Kast. es ist verdammt viele hier ohne witz es ist nichts Er schießt auf mich! Ein bisschen Kohle noch hier abgreifen, ne, Freunde? An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche, abbrechen und greif dich wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche, abbrechen und greif dich wieder aufnehmen. Zertippbare Einheiten. Hier kam eine Meldung rein. Weitere Wachsitz, Fabian, Männlich, im French Wall. Ich bin überprüft. Scheiße! Kein Fluchtweg! Stecke fest! Nur die Ruhe. Ich will keinen Ärger. Ärger? Hier gibt's keinen Ärger. Alter! So, Cassandra. Oder Tubelader. Fahrzeugpanzerung. Wir sind im French Wall. Schick mir ein paar deiner Männer. Klar, ich schick meine Jungs. Aber wenn's an die Vergabe des Bezirks geht, will ich alle Läden haben. Nicht nur ein paar. Alle. Junge, Wittru. Da will ich dir doch alles haben. odatessen. Sagittелaren. Amen. Aaron. Amen. Dad. Vielen Dank. Ein guter Pate. Oder Padre. So, das wird natürlich auch erledigt. So Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder.